Okay, die werde ich dann auch beim nächsten Gelegenheit nutzen. Da ist er. Okay, der läuft irgendwie im Kreis. Ich laufe jetzt einfach hier hin. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, ich sehe nichts. Nein, da. Ah, scheiße, wo ich hin muss. Hier durch. Oh, scheiße. Oh, Gott. Er kommt, er kommt, er kommt. Wo muss ich den jetzt hin? Oh, hier kann ich durch. Oh, Gott. Oh, Gott, geh weg. Oh, ich bin Sicherheit. Oh, Gott. Ja, und wo war jetzt dieser scheiß Knopf nochmal? Wo war der denn? Also mein Orientierungsnuss ist echt schon Arsch, ne? Muss man schon sagen. Aber ich kann mir auch nichts merken, wenn man so angespannt ist. Dann erst recht nicht. Und meine Batterie, ey. Ich habe nur eine. Da drinnen konnte ich ja nichts machen, ne? Ich habe jetzt auch eigentlich keine Lust zurückzugehen. Aber irgendwo muss das ja sein. Irgendwo da. Ist der da? Nein. Oder? Nein. Oder ist der links? Oh, Gott. Nein. Oh, Gott. Oh. 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 Ja. Nein, das ist das Ventil, oder? Doch, das ist der Knopf. So, jetzt aber. Ich laufe einfach zu der Scheiße. Ist mir das scheißegal. Ich finde Faller Martin, ey. Oh, Gott, ey. Oh, WTF. Ich kann jetzt rüber. Ich kann da hinten raus. Ich glaube, der Typ ist jetzt sauer, dass ich den wachstum bin. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich glaube, der Typ ist jetzt sauer, dass ich den wachstum bin. Oh, Gott. Oh, oh, Gott. Oh. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Ich muss eine Pause machen, ey. Oh, oh, Gott. WTF. Ich habe gedacht, ich erschrecke mich nicht mehr so hart wie an der einen Stelle. Das war ja noch mal schlimmer. Oh. Ich. Oh, Gott. Oh. Scheiße, war das brutal. Oh, die geht ja noch auf. Oh. Oh, hier ist mein Finger bestimmt dabei. T. Nein. J. Nein. Doch. Nee. Oh, ist mir egal. Ich meine, verdammter. Ach, du Scheiße. Wie schon gesagt, es ist ein verdammter Scheiße, aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Äh, hä? Okay. Also, das war jetzt gerade echt übertrieben krass. Weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das jetzt so was kommt. Der Raum ist so schön hell und alles ist so wunderbar. Und dann, wo ist der Arsch überhaupt hin? Ich konnte... Boah. Das war echt krass. Richtig krass. Das gucke ich mir gleich in der Aufnahme nochmal an, wie ich mich da erschrocken habe. Das war wirklich das erste Mal, dass ich so die Maus und alles einfach wegschmeißen wollte. Ich habe gedacht, ich kann mich nicht erschrecken, wenn es hell ist. Aber getäuscht. Ey. Boah. Ich glaube, ihr habt euch da auch mehr erschreckt von meinem Rumgebrüller als von dem Typen da. Hä? Warum ist der weg? Das ist der Exit, oder? Ich bin aus der Scheiße raus. Aber ich sehe nichts. Oh, meine Batterie ist leer, deswegen sehe ich nichts. Äh, 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 er. Wie sehe ich trotzdem nichts? Vater Martin! Ey, ich würde hier einfach abpawn, das ist ja behindert. Ich laufe jetzt hier weg. Kann ich doch irgendwo weg, ne? Was? Vorhin, was ist das für eine Dunkelheit? Das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Unser persönliches Kreuz. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe das als einer von meinem Blut an. Und Paul. Und mein Paul. Warte, mein Paul? Ach, hä, wer ist Paul? Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du mit der Seite Angst verfällst. Dass das Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen. Warte, das ertragen. Und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe. Um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Bin ich Paul? Paul? Keine Ahnung. Das ist nur, dass ich keinen Bock mehr habe. Ich bin jetzt na eben dem Scheiß, ey. Och nein. Ich gehe hier durch wenigstens. Hallo? Wo muss ich denn hin? Das ist ein Scheiß. Was war das denn? Was war das? Kann sein, dass ich ohne... Ich sehe genauso. Der sehe ich ja noch weniger. Wo muss ich denn hin? Da ist Licht. Was war das gerade für ein komischer... Als das geblitzert hat. Was war das vor mir? Wie komme ich denn hier weg? Ich habe keine Lust mehr. Oh nein. Ich sehe nur noch Busch. Was ist das? Ich will nicht wieder da rein. Was war da gerade? Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Der fuck bist du denn? Ey, ich kriege hier gleich einen epileptischen Anzug. Vor allem sehe ich nichts mich. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich drin irgendwie doch sicher als draußen. Ich kann ja irgendwie einfach PC spielen. Vor allem, ich mache gerade eigentlich nichts anderes als PC spielen. Oh, das ist noch eine Akte. Konfidential. Dokumente. Im Kultra-Programm. Allgemein Problem. Letzten Moment. Das ist langweilig. Schlaf... Schlafinduktionsmaschine. Schlafinduktion, nicht Schlafinduktion. Aber ich kann da rein. Geil. Da kam schon lange kein Türschock-Moment mehr. Was war das denn? Oh, eine Batterie. Ey, ich habe keine Ahnung. Null Ahnung, wie ich hier wegkommen soll. Aber hier mit dem Aufzug bin ich hochgefahren als... Aber irgendwie ist es komischerweise die Blutschur weg. Oder ist das ein anderer Ausgang? Aber hier rein muss ich nicht, ne? Oh, ich könnte echt da reingehen. Vielleicht. Vielleicht muss ich das. Ich will das aber eigentlich gar nicht. Der Aufzug ist da oben gewesen. Ach, dann habe ich eine Etage vorher eingehalten. Ich gehe nicht nochmal hier zurück. Du kannst mich am Arsch lecken. Ich will wissen, was ich da reingehe. Dann komme ich ja nicht mehr raus, ne? Aber ich kann da rein. Ja! Oh, der hat die beiden auf einmal aufgenommen. Der ist richtig, der Pro. Oh, scheiße. Jetzt habe ich hier drei Stück gut. Ich lasse ihn nochmal hier hoch. Ah, ja, okay. Der war akkubatisch, trotz zwei Finger weniger. Okay, ich muss raus. Aber ich weiß nicht, wohin. Ich darf einfach nur meinen Weg hier entlang. Ey, wenn mich hier gleich irgendein Arschloch erschreckt, ne? Die ist offen. Ne, die ist nicht offen. Scheiße. Ist das die Tür von eben gewesen? Ey, der Wind. Ich schaue dir gleich in die Fresse, ne? Ach, du dumme Blitzscheiße. Hör auf. Jetzt weiß ich mich gleich wieder hier. Ja, super. Und jetzt? Ich komme hier doch nicht durch. Was war das denn? Oder? Ne, ich komme hier nicht durch. Hier so am Rand entlang. Ist ja irgendwo so weit offen. Nö. Und da? Das wäre aber schon ein bisschen arschig. Da ist, glaube ich, weit offen, oder? Aber ich komme hier nicht durch. Nein, das ist viel zu knapp. Oh shit. Da runtergefallen. Runi, Falli. Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich fange aber gleich an zu heulen. Was war das denn? Oh Gott. Also ich bin... Oh. Seit dem Moment von eben. Bisschen schreckhaft. Was ist das? Oh. Oh, hier ist was. Ich will da rein. Ich bleibe jetzt hier drin und wohne hier. Halt die Fressentür. Ja, ist okay. Da hängt es so schön hell. Batterie. Noch eine Batterie. Und vielleicht mal eine Waffe oder so. Weißt du, hier sind 8 Millionen Sachen zum Todballern. Oh, ein Schlüssel. Nee, oder? Du hast eine Kettensäge. Wenn mir jetzt gleich jemand mit einer Kettensäge hinterherrennt, dann kriege ich aber komplett zu viel. Wehe. Was war denn da für eine schwarze Scheißwolke, die mir hinterher geflogen ist? Da fuck bist du? Jesus. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht bei Jesus gehen soll. Geht's hier hin? Das ist doch die Tür, ne? Geh einfach auf. Ey, ich fühle mich drin ja noch sicherer als hinten draußen in der Scheiße. Und da muss schon was heißen, ey. Dass das überhaupt möglich ist. Oh Gott. Ich bin wieder drin. Oh, Scheiße. Ich wollte hier jetzt schnell aufmachen. Da war gerade ein Schatten. Oder habe ich mich verguckt? Ja, halt die Fresse. Komm ich ja vor. Hör doch mal auf. Ich habe keine Lust mehr. Nein, nicht Dokumente. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Ah, okay. Project Wallrider. Weil er an der Wall gerided ist, oder was? Aber eigentlich ist er an der Wall gerided. Warum heißt das überhaupt so? Ich verstehe nicht. Ich bin anscheinend der Typ, der die ganze Kacki aufhalten muss. Jetzt muss ich auch noch aufs Dach, ey. Ich kriege zu viel. Wetten wir, da kommt jetzt jemand und haut mich in die Fresse. Oh, da ist ein Plitz eingeschangen. Warum muss ich eigentlich auch hin? Vielleicht werde ich auf den Plitz getötet und dann ist alles vorbei. Was ist das? Oh, das ist ein Fenster. Da fühle ich mich gerade voll geil. Ich bin immer auf dem Fenster, ne? Ja, wie habe ich das Gefühl, dass ich das Spiel extrem lange brauche. Oh Gott. Super Mario RPG. Komm, RPG. Komm, bist du so. Geh weg. Darf ich das haben? Sehr netter Mensch. Wo ist denn Faller Martin? Nein, oder? Ja, okay, komm. Ich habe vier Batterien. Das ist ausnahmsweise mal viel. Ich habe Angst, hier runterzufallen, ne? Weil ich mit der Steuerung nicht gut zurechtkomme. Ich gehe erstmal weitergucken, was hier so ist. Da war eine Leiter, aber... Da unten sind schon irgendwo Batterien. Irgendwie habe ich keine Lust, die zu holen. Ich bin so angespannt. Das ist richtig unnormal. Da rüber, oder was? Oh Gott. Ich wollte lieber mal anlaufen. Oh. Geil. Das ist so ein guter Jump'n'Run. PG ist. Und jetzt? Ich denke mal hier runter, ne? Oh, noch tiefer in die Scheiße. Cool. Super. Steht da raus? Ich kann hier raus. Ach, ich muss wahrscheinlich hier so. So. Ich hasse die Momente, wo man sich nicht bewegen kann. Oh nein. Ich hatte schon, setzt da noch einen Platz ein. Wer, was? Du? Ach, okay. Der hat mit mir geredet. Kein anderer. Oster Digger Typ, der mich verfolgt, oder so. Ne? Ne? Ah, das ist so. Vielen Dank.